Willkommen hier mal sagen, ja. Das scheint nicht zu funktionieren, deswegen müssen wir erst andere Quests machen. Ich hab mir jetzt noch mal hier mit der Party da gemacht. Ehm, ein Sparing. Können wir hier auch noch machen. Naja, mach mal schauen. Ehm, irgendeine Quest möchte ich mir sagen, dass ich da hoch muss, ja. Ja, ich hab mal an der deutschen Güte gesucht, aber, ja. Ist wohl nicht so viel los. Oh Gott, diese Eichen hier und hier. Hallo. Finde ich voll komisch. Oh, hab's geschafft. Boah, da pisst der sich ein. Na, meine Güte. Mach doch jemand zum Duell. Ey, du siehst doch so aus, als ob du was drauf hättest. Duell. Oh, könnt ihr alle nicht in dem Spiel, oder was? Meine Güte. Na ja, spiele ich auch mal hin. So jetzt. Ähm. Hallo? Mal noch was machen. Mal starten. Schön einstehen. Mh h 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 bohe bin nochmal ok... Ne? Hey... Den Pister nimm's an! Bei mir nicht! was? Was? Hey, du bist aber auf die Trunks Hau mir mal am Eier What? Weil du bist mit dem Lappen... Komm schon, du warst Ey Komm schon Geht doch Das ist wunderbar Mal gucken ob wir gewinnen Ich hab noch einen Fall hier, was? Fuck No Machen wir noch Skills an mit WTF Easy Okay Oh Können wir die Quelle in die abschließen? Ähm Nee, können wir nichts machen? Dann können wir eine Quelle abgeben, oder? Ah Milch Okay Vielleicht Vielleicht können wir jetzt noch ein bestimmtes Level in diesen Spalt rein Mal gucken Ich könnte jetzt nochmal Ähm, löschen Und dann nochmal annehmen Ja Keine Ahnung So 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 Let's take out items Haben wir was? So So Okay, komm Ja Komm Ja Alter Ist klar Wow 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 Das ist so längst erledigt Der 36 hat die Quest noch nicht erledigt Oh Gott ey Junge Ähm Schaut mal gucken Ähm Schaut mal gucken Ähm Können wir alle paar Minuten sowas Kann das sein? Niedere Stunde Wann ich Na, da kann man auch die Spielstärke sehen Das finde ich cool Oh Was Was? Ne Kaffee Man Ich glaube Wir machen immer was anderes Ich will wohl nicht Dann fahren wir mit unserem Ding hier und Ja Es ist ne Na Pre Beta oder Alpha sogar Und Tja Da waren noch einige Fehler Deswegen Ja Ist das nun mal so Das ist die letzte halt ne Wollen wir zum nächsten Wir kommen Weil hier soll mal der Welt 20 werden In Jaioi West Hier oben ist noch was Hier oben ist noch was Irgendwie ein Dungeon Ja Die gibt es ja auch Na ja Komm schon Eichhörnchen Kriegst du mich sowieso nicht Das sag ich doch Komm Ach ne Der will den mehr spielen Na gut Ähm Ähm Na Dann haben wir nur Sachen abzugeben Oh Wir haben unseren ersten Dragon Ball Mal gucken was kriegen wir hier Mal gucken was kriegen wir hier Mal gucken was kriegen wir hier Machen wir IP Gut Gut Hm Hm Dann muss es ja fort gehen Ich hoffe nicht dass es die Hauptquelle ist Die wir nicht weitermachen können Ja super Ja Also ich weiß für mich Dieser kleine Junge der Unser Vater mit den Dragon Balls wieder erlebt wurde oder? Ah Lieblinger Okay Jetzt können wir unsere Waffen Besser machen Ja Jetzt können wir diese Affen hier töten Hm Jetzt können wir diese Affen hier töten Hm Jetzt können wir diese Affen hier töten Da Hm Hm Warte Können wir irgendwie Ich finde ich schaff Ich finde ich schaff Schau mal Ich finde ich nicht Ähm Müssen wir schon auf irgendjemandem Feuer oder was? Okay Ah Können wir den K.O. schlagen Hm Oh Oh ist wieder Eisendrück gekommen Mal Alter Wollen wir mal gucken Ähm Was ist besser als meins Ähm Ich habe das gleiche Von dem Tiano Okay Ähm Ähm Ne Apfel Geh weg Ähm Haben wir irgendwie Tiano Ähm Ähm Wie viele items Ich finde ich mich beschweren würde Aber Ähm Ähm Auch für eine Mickiana Alter Jetzt gehen wir hier mal ordentlich Ähm 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 Wo sind die wilde denn Wo sind die wilde denn Wo sind die wilde denn Achso das sind Hm Oder Ja Wow Wir müssen aber hier Pflanzen sammeln Ich dachte wir müssen diese Affen töten Ähm 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 Hm Zack 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 Ich hoffe ich dass wir jetzt so ähm eine Quest kriegen Ähm Ähm Margin Ihr müsst natürlich bedenken dass ähm Sobald dann das richtig losgeht mit der Open Beta Das dann die ganzen Sachen die ihr Bis jetzt dann gemacht habt Ähm Natürlich wechseln ne Das heißt wenn ihr Level 70 seid Ähm Dann heißt es dass ihr nochmal von vorne anfangen müsst Dann heißt es dass ihr nochmal von vorne anfangen müsst Oh Ich weiß nicht unbedingt in die Camp Muss oder was besseres geben oder Wie muss man doch irgendwo da hinten Okay So hoch sind wir mit dem Level noch nicht Ach Level 10 können wir das jetzt machen Okay Dann kriegen wir ja dass das nächste ist Okay Dann kriegen wir ja dass das nächste ist Hm Da hinten sind diese Melodie ja Da hinten Okay 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 Oh musst du abwesend mit spielen ne Oh Ach wer weiß So viele Items Hm Ähm Es ist ein bisschen dunkel an die Okay noch zwei Oh ja Oh ja Ich kann ja mal alle schlägen was Ich kann ja mal alle schlägen was Naja Wohl ja nicht so Aber da hab ich gemacht Okay Nach hier So Hm Hm Ja Mit einem Dragon Ball Okay Ich meine aber die Super Dragon Balls gibt es hier nicht Weiß es gar nicht Sondern von unserer Waffe eher Ähm Irgendwie ist noch irgendeine andere Quest Ach ja Anscheinendlich Na super Ähm Hm 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 Ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht mehr machen wollen Ähm Ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht mehr machen wollen Ähm Was kann ich jetzt machen? Ich versuche ein iPhone aber So Muss ich eigentlich gar nicht untersuchen Ähm Hm Ach das nix was Okay Wollen wir es mal herkriegen Hm Ja Ja Wir können es nochmal ausprobieren Was anderes Hält mir jetzt nicht ein Was wir machen können Immer mal wieder ausprobieren Ob sie die Fehler irgendwie hinkriegen Und man darf nicht unbedingt meckern ja Weil das Spiel ist halt Ich glaube es machen sehr viele Leute die ähm Was wir als Hobby machen Und ja Mal Ich versuche natürlich die Bugs in Grenzen zu halten Aber Geht natürlich immer noch nicht Hm Haben so ein Gefühl bei manchen klappt es und bei manchen nicht Aber okay Jetzt brauchen wir 7700 Okay Warten wir haben nicht mal die Hälfte Oder? Machen wir doch fast Ähm Das waren aber nicht dann auch Wie lange nehme ich schon auf? Na wir geben noch die Quest ab Und dann mache ich den Cut Und wir sehen uns dann In der nächsten Folge ja wieder Hm Ich hoffe dass ich dann auch noch eine Quest kriege Weil Ja aber Soll ich dann machen Kann ich ja nur ähm Zurück in die Village gehen Also in die Stadt Und dann nachdem das Demonstell Mal schau' Kann ich ja nicht ja, man müssen verkaufen und ich mache besser als nein was ist das eigentlich nicht? ach so, keine Ahnung hm hm machen wir auch nicht so können wir schon machen wir das hier welchen da ja noch Quests habe ich jedenfalls hm ja da ist hinten ist das glaube ich ja bei hier 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 da ist woher er Ne, noch nicht. Hm. Okay. 1, 2. 5, 11. Ähm. Hm. Was können wir jetzt machen? Also wir machen das D-Quest hier, aber... Müssen wir jetzt mal wissen, ähm. Womit ich da genau hin muss. Machen wir um. 600 Meter in die Richtung. Okay, machen wir. Was ist hier und... Wer ist da nicht? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Machen wir mal. Ne, hier auch nicht. Am ersten Moment raus. Ne, was gibt es noch gar nicht? Kann das sein? Habt ihr noch keinmal gesehen? Hm. Irgendwie ist es komisch. Keine Quest. Hm. Ein scheiß Bug geht da, ähm, links nicht. Hm. Auch nicht. Glaub ich meine letzten 200 Meter noch. Guck mal. Guck mal, wo der mich hier hin bringt. Guck mal, wo der mich hier hin bringt. Guck mal, wo der mich hin bringt. Ich auch nicht da rein, oder? Ne, warte mal. Da ist gar nicht die Quest hier. Da ist hier. Ne, ne, area und... Da ist alles gemacht, ja? Da ist nichts anderes, was wir machen. So. Und das hier. Da steht auch zu alt. Ähm. Warte mal. Schauen wir mal Infos. Hm. Viel viel mehr mit Money on the other. Open, was? Ähm... Shop? Ähm... Hm... Wie soll ich mir das ansehen? Shop? Eventmaschine... Wie soll ich mir das ansehen? Wie soll ich das ansehen? Wie soll ich das ansehen? Warte mal... Warte mal... Muss ich da irgendwie hier reinlegen... Ich meine... Etwas... Ah... Stopp... Hm... Ähm... Hm... Entschuldigung... Hm... ... M- 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 Das ist mein Antwerp. Mach mal. Das ist mein Antwerp. Hm. Hm. Okay. Hm. Keine Ahnung. Es geht mal. Wo soll ich einen Shop errichten? Warte mal. Warte mal. Hm. Warte mal. Warte mal. Warte mal reinziehen. Warte mal. Hm. Keine Ahnung. Warte mal. Warte mal. Ich mach erstmal Cut. Und dann sind wir in der nächsten Folge wieder. Und ich informiere mich mal. Ich guck mal irgendwas. Was wir irgendwie machen können. Klein Tschüss. Ich guck mal. Ich guck mal.